Was geht ab, ihr Creeping Foxys? Geht's euch gut? Wie war euer Tag? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr heute gemacht habt. Freunde, Disney World ist der Ort für Nostalgie, für Glückseligkeit und für Liebe. Ein Ort, an dem alle eure Träume wahr werden und an dem es nichts Negatives zu sagen gibt. Würden wir Menschen nicht immer verkacken. Freunde, heute expose ich Dinge, die Disney versucht euch zu verheimlichen. Dinge, die in Disney World passiert sind und Dinge, die so gut wie möglich von den Medien abgeschimpft werden. Wir reden jetzt aber nicht nur über Dinge, die Disney verkackt hat, also darüber wollte ich mal ein extra Video machen, sondern um Dinge, die auch Besucher in Disney World verkackt haben. Let's go! Wie in jedem Freizeitpark gibt es auch in Disney World Achterbahnen. Eine davon nennt sich Space Mountain. Das ist eine dunkle Achterbahn, also keine offene, sondern sowas wie Eurosat, falls ihr mal im Europapark wart. Da war ein Pärchen, welches da unbedingt mitfahren wollte, aber sie hatten ein Problem, denn sie hatten ein sechs Monate altes Kind dabei. Dieses Pärchen hatte eine Tasche dabei und wollte gerade einsteigen, bis dann ein Mitarbeiter zu ihnen kam und meinte, was sie denn da in der Tasche haben. Man gibt ja normalerweise, wenn man bei sowas mitfährt, die Tasche ab oder man muss sie abgeben aus Sicherheitsgründen. Ist ja klar, das kann ja auch dann einfach rumfliegen und dann irgendwann ins Gesicht fallen. Das Problem ist, in dem Fall wollten die Eltern unbedingt die Tasche mitnehmen. Warum wohl? Hatten die was zu verheimlichen? Oh ja, denn die Eltern haben ihr sechs Monate altes Kind in die Tasche gepackt und wollten sie so mitfahren lassen. Also nicht damit das Kind einen Gefallen bekommt, sondern aus Egoismus. Die wollten halt da mitfahren, dachten sich, packen wir das Baby in die Tasche, machen die Tasche zu und dann fahren wieder mit. Wie geisteskrank können eigentlich Menschen sein? Wie geisteskrank? Okay, sie überlebt die Fahrt, hat wenig Luft, überlebt die Fahrt, alles gut. Nein, nichts ist gut. Oder das Kind fällt aus der Achterbahn. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da alles passieren kann. Wir haben im vorletzten Video über eine Mutter gesprochen, die ihre Kinder hat vor einem Supermarkt stehen lassen, um selber kurz shoppen zu gehen. Aber das toppt alles. Das toppt wirklich alles. Und zwar um Längen. Es geht spooky weiter. Es kam warum auch immer schon öfter vor, dass Menschen die Asche ihrer Totenverwandten im Spukhaus von Disney World oder Disneyland hinterlassen. Ich muss kurz eine Pause machen. Versteht ihr den Sinn dahinter? Macht das überhaupt Sinn? Wollen die, dass die Toten nochmal so eine letzte coole Fahrt haben? Oder was hat das für einen Sinn? Oder wollten die Eigeninitiativ dieses Spukhaus noch gruseliger machen? Es ergibt keinen Sinn. Jedes Mal, und ich betone jedes Mal, weil es einfach öfter vorkam, müssen die Mitarbeiter stundenlang die Attraktionen dort unterbrechen, damit sie erstmal die Asche entfernen. Bitte schreibt mir in die Kommentare. Bitte schreibt mir jetzt in die Kommentare, warum das Menschen machen. Ich verstehe es ja nun. Macht das für mich. Ich check's nämlich nicht. Erklärt ihr mir, warum man das macht. Ich möchte es so nur verstehen. Es geht weiter mit einer heldenhaften Aktion von Tarzan. Es gab eine Situation, in dem ein Junge fast ertrunken wäre. Und der einzige Mensch, der unmittelbar in seiner Nähe war, war ein Mann, der dort arbeite und der sich als Tarzan verkleidete. Heldenhaft wie er war, rettete er den kleinen Jungen. Das coole ist, er ist dann wirklich zu den Eltern hingegangen und war immer noch in seiner Rolle drin. Da hat er richtig cool gesagt, so nicht nur Tarzan kann ein Held sein. Jeder kann es, wenn er möchte. Voll cool. Echt eine coole Aktion. Endlich mal eine gute Aktion. Weiter geht es aber leider mit einer ziemlich abgefuckten Story. Wie es in Disney World übrig ist, gibt es Paraden mit seinen Lieblings Disney Figuren. Und da war dieser süße Dumbo, dem aber sehr, sehr heiß war. Nicht vergessen, Freunde, hinter diesen Disney Plüsch Figuren sind echte Menschen. Denn, liebe Freunde, gibt es ein Verbot in Disney World und zwar dürft ihr nicht, wenn ihr da arbeitet und so Kostüme trägt, dürft ihr niemals vor Menschen, also vor Besuchern, euch freimachen. Das heißt, wenn euch irgendwie heiß ist oder so und ihr mal kurz Luft holen wollt, das dürft ihr nicht. Grund ist dafür, dass Kinder eventuell verstört werden könnten, wenn die sehen, dass ihr Lieblingscharakter oder, keine Ahnung, Mickey Maus plötzlich den Kopf abreißt. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist, dass man instant gefordert wird, wenn man das macht. Klar, den Mitarbeitern bleibt teilweise nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, aber ich finde es extrem menschenverachtend, wenn das das richtige Wort ist. Dieser eine Dumbo kam extrem ins Schwitzen und konnte nicht mehr anders, als seinen Kopf aus dem Kostüm zu befreien während der Parade. Das heißt, alle Kinder sahen, wie Dumbos Kopf durch die Parade flog und rumgekickt wurde und war natürlich dementsprechend extrem verstört. Aber der arme Mann, was blieb ihm anderes übrig? Es war ein extrem heißer Tag und er war halt krass am Schwitzen, was soll er machen? Die nächste Story ist, gönnt euch puren Fremdscham. Eine vierköpfige Familie ging in das Schloss von Cinderella, an welchem sie gemeinsam Abendessen wollten, in einem, ja, vollen und gut besuchten Cinderella-Restaurant. Plötzlich stand der Vater auf. Er klopfte mit einer Gabel an das Glas... Ich bin jetzt extra für den Move in die Küche gegangen, befindet der eigentlich mein Dragonball-Glas. Jedenfalls hat er mit einer Gabel gegen ein Glas geklopft, um für Aufmerksamkeit zu erregen, damit halt die Leute zu ihm gucken. Ihr kennt das ja, wenn man irgendjemandem einen Heiratsantrag macht oder so von Filmen, dann stehen doch die Leute auf, klopfen so ein Glas und alle Leute gucken ihn dann an. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt, dass er irgendwie der Frau gesagt hat, wie sehr er sie liebt oder sowas, aber Leute, aber Leute, es wird einfach nur extrem awkward, wirklich. Er steht also da, alle Leute gucken ihn an und dann sagt er so ganz easy, meine Frau betrügt mich seit 15 Jahren. Die Gäste natürlich alle am Arsch, checken nicht, was abgeht, alles war richtig komisch, ganze Situation voll am Arsch. Und dann hat der Vater bezahlt, hat die Kinder gepackt und ist aus dem Restaurant gegangen, während die Frau dann noch am Tisch saß und geweint hat. Ich finde die Aktion, der arme Mann, aber ich fand die Aktion schon ziemlich cool, muss ich sagen. Weiter geht's mit dem Ballonschneider. Da gab es einen Typen, der einfach rumgelaufen ist, um allen Kindern, die einen Ballon hatten, die Schnur von diesem abzuschneiden. Einfach so ein kleiner Sadist, der gerne Kinder ärgert. Ich finde die Idee eigentlich voll lustig. Ich stelle vor, ihr seht da so einen Mann, der einfach so sneaky rumläuft und dann so rumschnippelt. Ich finde es irgendwie lustig. Mir tun natürlich die Kinder ein bisschen leid, aber ganz ehrlich, das ist schon extrem witzig, man. Also ich finde es, es trifft an meinen Humor. Es ist halt echt assi, aber ich finde sie lustig. Die armen Kinder. Jedenfalls wurde das Sicherheitspersonal direkt darüber informiert. Aber man hat den mysteriösen Scherenmann nie gefunden. Legenden sagen, er bringt noch heute Kinder mit seiner Schere zum Weinen. Diese Story ist alles andere als lustig, denn es geht um den Tod von Pluto. Dieser Fall ereignete sich auf der A Dream Come True Parade. Und da war halt ein Mitarbeiter mit einem Pluto Kostüm. Und ihr kennt ja diese Parade Floats, diese Paradezüge, die da so irgendwie fahren. Und der Mitarbeiter wurde von einem dieser überfahren. Und alle Leute haben das gesehen. Das war eine super traurige Story. Die hat dann zumindest ein bisschen auch mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und Gründe dafür waren einfach zu geringe Sicherheitsmaßnahmen in den Freizeitparks. Traurig ist halt, nachdem erst sowas passieren musste, Disney ihre Sicherheitsstandards erhöht. Weiter geht's mit unserem gestreiften Freund Tiger aus Winnie Pooh. Genau, die Serie, die, wie viele andere Serien auch, in China verbannt wurde. Darüber werde ich auch bald ein Video machen. Ja, eine Familie machte mit einem Mitarbeiter im Tiger-Kostüm ein Familienfoto. Und dann hat der Tiger einem Kind ins Gesicht geschlagen. Kein Spaß. 2007 war eine Familie in Disneyland, ja, um eben ein Foto mit Tiger zu machen. Und dann kam die Situation, an dem Tiger einen 14-jährigen Jungen geschlagen hat. Okay, im Video kann man sehen, dass der Junge etwas aufdringlich war. Aber du schlägst doch kein Kind dafür. Ich muss sagen, dass so Leute in so Kostümen, und ihr kennt das sicher auch, also ich hoffe, ihr könnt mich da nachvollziehen, dass so Leute in diesen Kostümen dann eher auch nicht wirklich respektiert werden. Man sieht halt nur diese Gestalt oder halt nur diese Plüschfigur und nimmt auch die Person dahinter gar nicht wahr. Man sieht halt nur das und findet es irgendwie, ja, man respektiert es nicht richtig. Man findet es eher so süß. Man denkt so, oh süß. Ich weiß noch, wie ich im Europapark einfach zu dieser Maus random gerannt bin, die umarmt habe und gar nicht daran gedacht habe, dass da irgendwie jemand drin ist. Man hat halt nur diese Maus gesehen. Oder in Japan auch mal in so einem Freitag einfach ein Plüschtier umarmt. Man nimmt halt die Person da nicht so richtig wahr. Wisst ihr, was ich meine? Man vergisst, dass die Leute da teilweise den ganzen Tag drinstecken und da schwitzen und irgendwie dann auch an die Grenzen kommen, wenn ein paar Kinder übertreiben. Ich verstehe es vollkommen. Aber ich verstehe nicht, warum man ein Kind, also nein, man schlägt keine Kinder. Also komm schon. Man schlägt generell nicht. Außer man vergreift sich an Tracosso. Oder an Schorsch. Weiter geht es mit einer ziemlich verrückten Story, denn da war eine Frau, die mit ihrem Kind unterwegs war und nicht auf Toilette wollte. Beziehungsweise sie wollte nicht, dass ihr Sohn auf Toilette geht. Ja, was hat die gute Frau sich überlegt, um dem zu entgegen? Sie hatte die ganze Zeit einen Krug dabei. Ich suche gerade, ob ich einen Krug habe. Und sie lief mit diesem Krug die ganze Zeit durch den Park. Und wenn der Kleine musste, hat er in den Krug gepinkelt. Könnt ihr mir bitte erklären? Erklärt's. Nein, nein, nein. Sagt nicht. Ihr das schon gesagt. Bitte. Erklärt mir. Bitte. Ihr müsst es mir erklären. Ich verstehe es nicht. Was geht mit Menschen ab? Erklärt's mir. Ich will es doch nur verstehen. Erklärt mir, was mit Menschen abgeht. Ich will es doch nur verstehen. Das ist, das ist, ich möchte es verstehen. In meinen Kopf soll es rein, aber es geht nicht rein. Auf jeden Fall läuft ihr da so weiter und dann kam das Sicherheitspersonal und hat so gefragt, äh, das könnten sie, was machen sie da? Und sie hat gesagt, ja, ich bring, ich wollte es nur kurz ins Auto bringen. So, als wäre es ein Notfall gewesen und so. Ein Scheiß. Die ist dann den ganzen Tag damit rumgelaufen, hat den Jungen da drin reinpinkeln lassen. Ich kann nicht mal richtig reden. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass die Frau dann da aus dem Park gebannt wurde und solche Leute nie wieder irgendwie Zutritt an öffentlichen Orten haben, weil das ist wirklich ihr. Kommt schon, Mann. Also, kommt schon. Oh, Leute. Es geht verstört weiter. Da war eine Familie. Dreiköpfig. Ein kleiner Junge mit seinen Eltern. Der kleine Junge war an der Leine. Das ist so krass. Er war an der Leine. Pass auf, es geht weiter. Ich finde das schon verstörend. Allein der Frage, warum rede ich eigentlich weiter? Auf jeden Fall habe ich auch mal gesehen, da war, das ist Jahre her, da war ich noch ein Kind. Das gibt es scheinbar öfter, dass Kinder an die Leine genommen werden. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich klein war, habe ich auch mal ein Kind gesehen, das an die Leine genommen wurde. Wirklich an Halsband. So, wirklich. Kein Spaß. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Kind hatte eine Behinderung. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Und in dem Fall war das Kind an einem Geschirr. Nur. Nur an einem Geschirr. Und da war eine Achterbahn. Also, es geht weiter. Es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Nicht nur, dass sie umgelaufen ist mit einer Leine. Nein, nein, es geht weiter. Da war wieder eine Attraktion, wo das Kind zu klein war. Und dreimal dürft ihr raten, was die Eltern gemacht haben. Dreimal dürft ihr raten. Nein, ihr wisst es schon. Die haben das Kind irgendwann im Tor angeleint und dann selber damit gefahren. Während das Kind da einfach rumsteht und durchdreht, weil es nicht mitfahren darf, wird das wie so ein Hund irgendwo hingeleint, bis die Eltern wieder zurückkommen. Leute, bitte. Ich muss aufstehen. Ich stehe nicht oft auf in meinen Videos. Ich stehe nie auf. Aber das ist zu viel. Das ist zu viel. Mir wird warm. Obwohl mir kalt ist, wird mir warm. Also, obwohl es kalt ist, wird mir warm. Freunde, das war es mit dem Video. Gott sei Dank war es das mit dem Video. Erklärt es mir. Ich möchte, dass ihr es mir jetzt sagt. Redet mit mir. Erklärt es mir doch nur. Erklären. Schreiben. Erklären. Ich möchte wissen, was da abgeht. Ich möchte einfach nur verstehen, warum Menschen so drauf sind. Ich möchte es doch nur verstehen. Das war es mit dem Video. Passt auf euch auf. Habt eine gute Nacht. Ich gehe direkt schlafen. Ich bin fertig. Ich bin durch. Ich bin durch. Wenn euch das Format gefallen hat, wenn euch das mit Disney gefallen hat, wenn ich mal so ein extra Video nur für Disney machen soll, weil da gibt es noch so viele Schattenseiten. Leute, ihr habt gar keine Ahnung. Dann lasst es mich wissen. Hinterlasst mir immer ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Am Sonntag geht es weiter, liebe Freunde. Gute Nacht.